Smalltalk Interaktive Lektion Ich stelle dir gleich eine Frage und du hast 13 Sekunden Zeit, dir eine oder mehrere Antwortmöglichkeiten zu überlegen. Hast du ein Fahrrad? Mögliche Antworten Ja, ich habe ein Fahrrad. Ja, ich habe ein Fahrrad. Ja, ich habe ein Fahrrad. Nein, ich habe kein Fahrrad. Nein, ich habe kein Fahrrad. Nein, ich habe kein Fahrrad. Ja, aber mein Fahrrad ist kaputt. Ja, aber mein Fahrrad ist kaputt. Ja, aber mein Fahrrad ist kaputt. Schreibe jetzt eine Antwort auf die Frage als Kommentar unter dem Video. Hast du ein Fahrrad? Ja, ich habe Das. Ich habe das. hommes und hommes Untertitelung des ZDF, 2020